Hey YouTube, was geht ab? Wir haben heute wieder eine neue Challenge für euch. Und zwar haben wir versucht, Counter-Strike in Rainbow Six Siege zu spielen. Dabei durften wir nur die Waffen benutzen, die es auch in Counter-Strike gibt. Und außerdem durften wir nicht ADS'n. Heißt, wir haben nur Kills im Hipfire gemacht. Sollt euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und damit, viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Okay, boys, wir versuchen noch einmal. Hipfire only. Bro, ich küss halt 8 Minuten ins Standard-Match. What the fuck is this? Hey, jetzt hab ich Insta in ein Match gefunden. Fick dieses Game, Alter. Wirklich. Alright. Wir gucken mal, ob wir einen Hipfire-Spomb-Ecan bekommen, Shit. Wir warten. Und wir warten. Wir warten. Drei, zwei, eins. Wir haben keinen getroffen. Warte, warte. Wir lassen hinter Schanka aber gucken, Alter. Wir lassen ihn gucken. Let him cook now. Let him cook. Wow. Alright. Keep going. Ja. Nummer Uno. Ja. Hey, danke. Hey, es ist meiner. Hey. 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 F*** einfach eure Mutter, ihr F***. Was geht bei dir ab? Du Chunky. Was geht bei dir? So lustig, du Chunky. Bro, wir haben alle einen freien Tag, warum bist du so sauber, Mann? Chill, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Warum bin ich ein Junkie? Erklär mal. Ich nehme das Spiel zu ernst. Bro, ich spiele nur Hipfire. Ich nehme das Spiel zu ernst. Jo. Oh, shit. Nice. Füfter Kill. Füfter Kill. Hallo. Hallo. Welcome to my Minecraft. Let's play. Today we are going to be mining for diamonds. Hopefully maybe some iron ore. Ich kann die Sideshocken. das ist so close putsched. Oh nein, oh nein, oh nein. Nice shot. Warming. Mein Gott, da war einer. Da war einer. Die MV3 spielen oder so. Okay, warum? Warum nicht? Warum spielst du kein MV3? Wie verbuggt ist das hier mit dem Gamechat? Du drückst die Taste und redest. Das ist nicht so schwer. Was ist das? Ich drück U. Es funktioniert nicht. Was ist das für ein Wildspiel? Sieh doch. Warte, lass uns mal das Ape. Sorry, Mann. Ey, da ist Schotter, war der erst für Versuche. Spielst du mit Controller? Ja, ich spiel mit Controller. Merkt man? Es ist mir egal. Nice. Ach, es waren noch zwei am Leben. Fuck, ich dachte nur noch einer. Schau mal. Geh bitte CSGO spielen. Das mache ich nicht gerade. Egal, du hast, glaube ich, das MV CSGO spielen. Danke dir, danke dir. So, Jungs, eine Runde Hipfire Only nur noch. Ich muss eigentlich gewinnen. Fuck, Mann. Oh, was war das? Alter, drunter. Wo drunter? Ja, ja. Was war das? Fuck, Junge. Oh, was war das? Bro, ihr lebt auch gefälliges Leben, Jens. Bro. Shit. Was geht denn bei ihm ab? Hä? Warum ist der da? Huh? Der war doch gar noch links? Shit. Was ist das? Junge, wie konzentriert er denn die Füße anschaut? Defused er schon? Defused er schon? Ist er schon am Defuse, ne? Haha, geil Junge. Geht hoch, ne? Geht hoch, ne? Geht hoch, ne? Ich bin zwölf, ne? Scheiße. Zeig mal den Kuh. Ahhhh. Nice shot. Crazy. Nice shot, bro.